So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Assassin's Creed 4, Black Flag. Was wollte ich denn hier eigentlich? Ich wollte hier... auf... auf... mein Schiff, glaube ich. Okay. Auf meine... Jackdaw. Was soll ich hier in der Schiffchen? Das Gefühl, die Schiffchen waren immer klein, aber mein Schiffchen ist jetzt hübsch. Das ist ein schönes Schiff, ein schönes Schiff. So. Kinos, ich komme hoch. Achtung. Achtung, jetzt. Bin da, hallo. Darling, du gehst mal von meinem Rud weg. Hallo. Ah, ich liebe euch auch. So, okay. Auf in See. Ah. Ich will hier lang noch mal rauskriegen, wo jetzt das Observatorium ist. Der gute Roberts hat uns ja dann doch schon einige Indizien gegeben irgendwo und, ähm... hoffen wir, dass wir es bald finden. Wäre natürlich extrem interessant. Bin auch mal gespannt, was mit seiner Frau ist. Ich meine... Du kriegst halt immer so ein bisschen das mit, dass es zurück geht. Und da hast du nicht gesehen. Wartet mal, ich muss mal kurz gucken hier. Wo muss ich denn hin? Ich muss einmal rund rum. Dann gehen wir hier rum. Ah, hier sind vor. Gehen wir hier rum. Also, links abbiegen. Ach. Achso, jetzt ist es nicht mehr so schlimm, oder wie? Jetzt habe ich zwei. Warum habe ich jetzt da oben zwei von diesen Schnitzeln? Ja, das dachte ich mir schon. Alter, wenn sie Stress waren, dann kommt er. Komm, komm, Segel, ey. Hier rum, komm. Ey, ohne Spann. Das gibt's auf dem Arsch, Jungen. Auf dem Arsch. Ei. Komm, jetzt rumziehen. Ich weiß, dass die uns gerannt haben. Danke. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Geh mal rum. Komm, Jungen. Zieh rum. Zieh rum. Zieh rum. Zieh rum. Zieh rum. Komm, komm, komm. Ja. Ey, Leute. Ihr seid total behindert. Ey. Habt ihr mal nachgedacht, was ich für ein Schiff war? Habt ihr mal nachgedacht, dass ich übrigens sehr gute Käpt'n bin? Offenbar nicht. Sonst würde ich mich nicht angreifen. So, Kinder. Ich komme mal rüber, ja? Ist das denn auch so? Aber ja, Schätzelein. Jetzt gibt's Stress, Mann. Jetzt gibt's Stress. Kommt her. So, jetzt zwei Leute haben wir erwischt. Drei Leute haben wir erwischt. So, Leute. Ich komme dann mal rüber. Ne? Schönen guten Tag. Kannst voll knicken. Ey. Er wurde eh, komm. Ich bin hochmotiviert. Nein, auch. Nein, ey, ey. Oh, Edward, Edward, Edward. Komm, komm, Schatz. Komm, Schatz. Ey. Machst du gut. Komm. Ja, eins, A. So'n Scheiß gibt's bei mir nicht, Junge. Was? Aus dem Weg, Junge. Was war'n das, bitte? Hallo, Edward, 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 Edward. Komm, komm, komm. Ey. Ja. Ja. Habt ihr toll gemacht, Leute. Echt toll. Mensch, echt Piraten. Ihr seid voll drauf, ey. Hopp. Ja, Kinders. Ihr habt's net drauf. Ihr habt's einfach net drauf. Ich sag's euch. Ihr könnt Rebskart bitte verringern. Da kommt, die anmachen ein auf dicke Hose, alle. Eure Jahn, Jungs. Genau, ihr kommt jetzt mit, oder ihr seid am Arsch. Diese Piratenjäger, alles. Ihr seid doch doofi Brot. Meine Güte. Schlimm ist das. So. So. Und jetzt wollen wir mal hier lang, links rum, genau. Das ist nicht da vorne schön, das Brick. Hm. Ja, 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 ja. Aber ich wollte ja nicht mehr so super viel hier rumkämpfen, weil das bestimmt langweilig ist, wenn das sei jetzt, für zu gucken. Aber. Manchmal muss es sein. So. Kein So, ich will keinen Stress, ich will hier nur rum. Wenn ihr Stress wollt, könnt ihr gern Stress haben. Oh, hier ist ein Ball. Ich sag's auch, der verfolgt mich, der Ball. So. Jetzt muss man da vorne rum. So, genau. Wir fahren jetzt so rum. Obwohl das der längere Weg ist, aber ich wollte hier gerne, äh, entweder den Ball und den, den weißen Hai. Ähm. Und zünden durch halt noch ein bisschen kämpfen. Das sind jetzt so Banane, ey. Die können wir nicht. Lebt noch. Ich will mir nicht. Das ist ja gar nicht Zusammenschluss. Der zählt wie so ein Schmorn. Ehrlich. Ne? HD. Wir wissen manchmal schon. Ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe. Aber brauche ich das wirklich? Ja, wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier kurz rangehe. Okay. Leit. Leesägel einholen. Kurz. Kurz parken. Ich will mal kurz. Wiederholen und aufkeim. Aufsägel rein. Captain in der Salzlache. Captain in der Salzlache. Ja, das stimmt. Ich will auch kurz ziehen. Ich meine, ihr könnt mir ruhig mal ein Boot vorbeischicken. Dann würde ich schnell wieder aufs Schiff kommen. Aber so, wir trinken tun die dann auch nicht, ne? So sind sie meine Dudes, ey. So, das ist meins. Dreimal Metall. Super. Und dafür bin ich jetzt hergekommen. Geh mir mal ein bisschen Kohle hier. Na, geht doch. Der ist auch gefahren. Sehr gut. Kinas, ich komme. Gleich da. Gleich da, Achtung. Gleich da. Ach, wirklich. Also, dieses Spiel, das flasht einen irgendwie. Ich muss sagen, die anderen Assassin's-Teile haben mich nicht so beeindruckt wie das gerade. Lass mich mal ran hier. Mal ein bisschen. Ein bisschen Gummi geben. Und es macht einfach nur Spaß, ja. Und dieses Schifffahren allein, dieses Feeling dafür, das ist nicht schlecht. Echt. So. Na, gucken wir mal. Wo sind wir denn überhaupt jetzt gerade? Da sind wir. Gut, dann kommt dann gleich das Vor. Müssen wir uns schon mal mental darauf vorbereiten, dass wir einen Vor angreifen. Genau dieses dort. Und bitte, nicht wieder irgendwelche Stürme oder andere Pervers-Heten. Ja, Leute, ich bin da schon längst weg. Aber es ist auch okay. Schieß doch mal ein Stück hoch. Er wurde. Ja. Ja, fast. Was ist doch schießen, meine Fresse. Was ist denn? Ja. Das ist das dumme kleine Schiff hier vorne. Das geht mir oft Keks. Aber jetzt schießen wir hier drauf. Das ist doch Feuer, mein Gott, echt. Ja, auch nicht. Feuer! 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 Ich weiß noch nicht, wie du in einem Fortversenken wirst, aber ist in Ordnung. Da ist diese Schlagstelle! Feuer! Auf Deil! Nebenwunverbrauch! Viren und Fahrt aufnehmen! Wir haben uns, Käpt'n! Wohin! Wohin! Was ist denn da? Ja, das ist klinisch-hübsch da, Alter. Das kann doch nicht. Er wurde. Komm. Ja. Feuer! 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 Wir werden zu feiern! Ich schieß, Norbert! Feuer! Wir werden zu feiern. Ja, ich bell'n. Wir werden viel rum. Feuer! Schieß da hin, Sir! Feuer! Ein Zeichen und die Anker haben wir liegen, Sir! Haben ein paar Balken eingebüßt, aber es wird auch... Feuer! Wir haben Platz für die Ripper der Zuhör. Wirf sie dort, Sir. Es wird sie versenken! Bereit gefunden, Sir! Feuer! Ja, 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 ja. Da ist die Musik-Rachstelle! Feuer! Feuer! Das sieht gar nicht aus, denn ich weiß außerdem schon aus. Ich weiß das hier mal so, es kommt die Gummi. So. Oh. 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 Sehr gut. Okay. Oh. 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 Toll ich jetzt nete raus. Oh oh. Come on. Edward. Hof. Danke. What. Bist du? Da brauchst du ja halbe Ewigkeit nadzieję um da hochzukommen. Und dann kommt der Typ an und und bockt mich weg und also wer schießt denn hier auf mich? meine Fresse. Ich geh' aufs Sack. Stop. Au. Wurst du los mit dir? Was ist biggest zu? Was haben wir jetzt so? Soaa. Ich lass mich nur weg hier. Ich muss mich mal kurz nicht aufheilen. Aufheilen. Aufheilen ist wichtig. So, kommt hier irgendwie... Ach ja. Nee. Offenbar nicht. Okay, schön. So. Aus dem Weg. Okay, 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 okay. Wir müssen nach wie vor den Appellar töten. Mal gucken, dass wir hier hochkommen. Ohne, dass wir wieder runtergeschubst werden. Junge, weil dein Schmerz nicht früh gemacht hat.